Der Thermofußsack Schipi von Kaiser hält ihr Kind besonders warm und schützt es vor schlechten Wetterbedingungen. Das wind- und wasserabweisende Außenmaterial hält Regen und Schnee, Wind und Kälte ab. Das weiche Innenvlies schmiegt sich warm an. Es wird durch eine zusätzliche Lammfelleinlage unterstützt, die Sie auch einzeln verwenden können. Zum Beispiel als Sitzauflage im Sportwagen, in der Babywanne oder Babyschale. Den langen Reißverschluss ziehen Sie einfach zu und bedecken ihn mit der extrabreiten Reißverschlussleiste. So ist Ihr Kind auch bei eisigen Temperaturen warm eingepackt. Dank Kindschutz reibt der Reißverschluss nicht am Hals. Vor allem den empfindlichen Kopf sollten Sie vor Zugluft und kalten Wind schützen. Dank Kordelzug im Kopfbereich ist das kein Problem. Sie ziehen den Fußsack einfach zusammen, sodass Zugluft besser abgeschirmt wird. Danach verschwindet die Kordel in der Aufbewahrungstasche und ist für Ihr Kind unerreichbar. Dank 6 Gurtschlitzen können Sie Ihr Kind mit jedem 3- und 5-Punkt-Gurtsystem absichern. Der Fußsack erhält durch den Rutschutz an der Rückseite zusätzlichen Halt. Mit dem Latz binden Sie Schibi am Gestell fest. Das Fußteil können Sie über den Zwei-Wege-Reißverschluss abnehmen und den Fußsack über den Mittelreißverschluss öffnen. So können Sie ihn auch als Wickel, Krabbel oder Spieldecke nutzen. Da es im Winter nicht nur kalt, sondern auch besonders schnell dunkel wird, reflektiert ein Streifen im Fußbereich Licht, sodass Sie und Ihr Kind besser von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden. Das ist ein Streifen im Fußbereich.